Okay, mit einer frisch gewaschenen Unterhose geht sie nun weiter im Keller von My Friendly Neighborhood. Bei Ray? Können wir einmal lang? Ah, das ist das Gebiet von der Demo. Ich erinnere mich. Also wie gesagt, ich habe die Demo nie gespielt. Ich habe mir aber ein Video dazu angeschaut, als es neu war. Das ist schon über ein Jahr her. Das heißt, ich kenne mich hier leider schon ein bisschen aus. Ich hoffe, das stört euch nicht. Bam, bam! Wow, wow, wow! Come on, bro! Bam! Okay, perfekt. Okay, also es gab noch einen anderen Ort, wo wir eigentlich hätte hinkommen. Was wollt ihr? Bip, bip. Wir sind lustig. Hat sie dir irgendwas für mich? Nee. Ich hoffe nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr dran. Ja, auf jeden Fall gab es noch eine andere Abzweigung. Also es gibt zwei Wege. Jetzt mal hier lang. Und wenn wir nicht weiterkommen, müssen wir dafür zurückkehren. Ja, okay. Ich kenne mich jetzt ein bisschen nach außen. Ein bisschen. Aber die Dinger haben wir nicht. Okay. Aha. Null. Okay. Ja, die Dinger haben wir noch nicht. Was ist das hier? Ein Zettel. Es sieht aus, wie es Kraft braucht. Wir arbeiten an den neuen Bühnen, wurde diese Sprengtür mit einer Lochkartenkombination gesichert. Bitte platziert die entsprechenden Lochkarten in den drei Terminal, um die Tür zu eröffnen. Falls ihr aber noch Karten verloren habt, kann dieses Gerät verwendet werden, um Ersatzkarten zu drücken. Ja, dann drück mal. Einstecken. Was? Kabel oder was? Oder wie? Oh Gott. Ich habe noch nichts. Was? Danger. Das Maschine ist wie immer. Die Konferenz startet without warning. What? Gruselig. Okay. Warum macht ihr sowas? Verschlossen. Schön. Viele Sachen zum Mitnehmen. Können wir speichern? Das würde mich sehr freuen. Jawoll. Wir können speichern. Und eine neue Map. Wait. What? Lower Waterway. Also oben gibt es noch keine Station. Wir sind jetzt im Westkeller. Es gibt noch einen Ostkeller. What the hell? Okay. Ja, speichern ist mal ganz gut. Was heißen die 8? Was heißen das? Kosten eine Marke. Kommen Sie gerne wieder. Vielen Dank. Öffentliche Speicherstation. Gesundheit, Warnung. Das geht doch noch, oder? Ich kann hier ruhig mal was trinken. Ach, lecker. Ja, das kann man mal machen. Ich hoffe, mein Inventarplatz reicht. Ja, ich hoffe es. Ja, gehen wir mal weiter. Gehen wir, außer wenn es nicht weitergeht, dann gehen wir wieder zurück. Zu dem Eingang, wo wir letztes Mal waren. Also Ende der letzten Folge. Da haben wir noch einen Gang, wie gesagt, entdeckt. Und ich hetze euch doch. Oder ich kann vielleicht, mal vorbei. Warum bist du das aber mal hier? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das wird nicht spaßig. Das haben wir immer noch nicht. Hey, na? Wow. Gesehen, aber die greifen wir nicht an. Hey, na? Du hast mich in Ruhe? Schön. Out of order? Ja, das muss ich erstmal selber beurteilen, Kumpel. Mein Foxy hat auch noch funktioniert. Öffnen. Öffnen. Wait, what? Geh, komm ich lang? Bisschen Kaffee trinken. Bisschen entspannen kurz. Oh, richtig geiles Gameplay. Tut's alles hier. Was kann ich denn hier mit dem Gericht? Tut's alles untersuchen. Nice, hat sogar gelohnt. Wow. Cool. Wir sind reich langsam. Haha, was sagt ihr dazu? Ich meine, okay. 5 Cent ist ja nicht so viel Geld, aber ich meine Inflation existiert. Und für uns ist es 5 Cent, ich meine 4, aber für die war das damals noch eine Menge mehr. Vielleicht ist es ja für die 1 Euro, was bei uns jetzt ist. Wer weiß. Das ist nur so ein kleiner Chillroom, oder was. Hanks F. in der Tagebuch, 6. April 1974. Als ich gestern Abend im Büro war, um zu verhindern, dass sie hoch einfrieren, hatte ich Zeit, an meinem neuesten Projekt zu feilen. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend. Verbraucht aber eine Menge Buchstaben. Muss sparsam mit der Munition sein. Hank. Cool guy. Nikola Tesla. Er hat ein Auto. Er hat ein Auto noch sich benutzt. Sparsam umgehen, aber ich hab doch genug. Geht doch noch voll. Verschluss. Okay, dann gibt's doch keinen Anweg. Ich muss den Typen... Umhau. Aushecken, du red mich. Hi. Kumpel. Ciao, Kumpel. Was ist denn da oben? Ich geh keine Ahnung. Oh, zwei Hits. Nice. Oh, vor der hab ich Angst, Alter. Zugleben, auf jeden Fall. Was hat sie denn jetzt hier? Wow, wow, wow. Jetzt war es mal ein Horrorspiel. Jung, wo kommt der denn? Ja, du auch. Du auch, Kumpel. Du bleibst schön hier. Du bist der nächste in die Folter, ja? Kriegt er lang? Ja. Zwei Türen. Gehen wir hier lang. Sind wir jetzt beide gefesselt? Die sind für immer out of game. Das ist zumindest ganz gut. Aber wie gesagt, ich sollte Spaß im Umgehen. Wenn ihr das durchlesen wollt, ihr habt das. Das ist mir zu lang. Okay. Äpfel. Nee, ist nichts. So. Moni. Perfekt. Hab irgendwas aufgebraucht. Das wollte ich nicht. Mit R kann ich aufladen, ohne links hier zu drücken. Das ist gut. So. Nice. Healing. Healing is not as rewarding as hurting. Ich brauche einen Schlüssel. Ich bin froh, dass ich nicht du bin. Bin ich sehr froh für... Ah. Herr Ernie. Oh mein Gott. Okay. Oh. Du als nächstes, oder was? Oh, ich war gar nicht. Ich war gar nicht. Oh Mann. Ah. Der lebt noch, oder? Der wird doch wieder aufwachen, oder? Ähm. Na gut. Äh. Wir haben jetzt... Okay, die Lama noch. Wir haben jetzt dieses eine Ding, was wir benutzen können. Wie die Maschine. Aber uns fehlen noch ein paar Sachen. Ich glaube, das reicht nicht. Sieht aus, es wäre aus einem Stecker angegangen. Alleiner wird das aber nicht auswachen. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht zurück. Aber sagen wir, wir passen ohne. Was ist das denn ja? Rollen mit Buchstaben, die den Literaten passen. Den Literaten? Den Genograf habe ich aber keine Literaten. Was? Wo redet der? Eine Kette. Wie mache ich die auf? Oh Gott. Mir fehlen hier ein paar Sachen. Wie es scheint. Äh. Ich glaube, auch noch nicht lang. Gott. Wo komme ich jetzt lang? Äh. Gehen wir erstmal Zug zur Maschine, würde ich sagen. Da können wir zumindest noch lang. Schropp. Bis die sind wieder hier. Gar keinen Bock auf die Kämpfe. Willkommen! Willkommen, Willkommen! Oh Mist. Ich habe mich gesehen. Aber, nicht schlimm. Wir sind direkt da. Können wir zum Beispiel schon mal abgeben. Hier. Ich habe gestanden, nicht vollständig zu sein. Ja. No shit. Ich habe einen Stecker. Den kann ich jetzt weit tun. Bro. Hier. Allein wird das nicht ausreichen. Also brauche ich da noch ein Item für? Kann ich kombinieren oder so? Zieh. Hä? Geht das nicht? Ach komm schon, Bro. Kann ich irgendwas machen? Ich habe doch Patronen jetzt. Die scheinen aber nichts zu machen hier. Bin ich hier falsch. Was zur Hölle? Muss ich denn dann bitte tun? Äh. Keine Ahnung. Boah, da war ich noch nicht im Gang? Wait. Wenn mir das Spielrad sagen, dass ich... ...da drüben noch nicht war? Schaut mal. Das ist doch hier. Ich verfolgt die andere mich jetzt auch, weil die das gehört hat und man gesehen hat. Nee. Kumpel. Da war man liegen. Ja? Verstanden? Da ist er das auf jeden Fall verstanden. Hier waren wir doch. Oder? Waren wir hier? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Scheinbar nicht. Obwohl ich mir sicher war. Was? Wer schickt hier um sich? Hey. Who is that? Hallo? Hallo? Bester. Kann ich dir helfen? Hi. Okay, der hat seine Zuschosen. Den lassen wir mal. Äh. Oh. Boang. Ja, das passiert mit euch. Wenn ja, ihr wisst schon, was nicht tut. Stopp. Let's fix. Fixi-faxi. Oh Gott, Alter, ist das Grunzig mit dem Kopf. Jo. Drehbuch. Okay, könnt ihr euch ja durchlesen. Untersuchen. Du-du-du-du. Hi. Oh. Ciao. Jesus, das hat mir Angst gemacht. Nee. Was war das? Ich war das. Keine Ahnung, was war das? Was war das? Ich hatte das Gefühl, es wird nicht nett sein, wenn wir es noch mal begegnen sollten. Aus meinem Grund. Wir müssen mal aufpassen. Ach, hier gibt es rein. Ach, lol. Ach, schau. Was? Ich höre jemanden. Kermit? Warum höre ich Kermit? Warte mal. Stromquelle. Ah. Reparierter Stecker. Solche habe ich schon in vielen Heizungsklang gesehen. Sehr gut. Aber das ist immer ein Gegner. Ich habe Angst. Hey, na? Piep 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 piep. Piep 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 piep. Kann ich abschießen? Muss ich abschließen? Ich hoffe nicht. Ich gehe mal in unseren Geekflick. Alle um Häuser. Piep 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 piep. Oh, dich muss ich töten. Meinetwegen. Oh fuck. Oh, sie schlimm. Wie machen die das denn? Doppelteam Also verdiene der echte Oder muss ich alle töten Oder ich einfach raus Ich hab hier meine Muni Ich muss nicht mehr sein Nein Oh nein Ich hab ein Klebeband verschwendet Ach jung ist das dumm gemacht Ehrlich Och man Hey Hey Darf ich hier durch Ist das ok Mir ist wohl nicht ok Verschwende Oh nein Jetzt ist hier überall in der Öffnung In dieser Dude Den kann ich nicht fesseln Vor allem nicht weil ich kein Klebeband habe Aber ich glaub's auch nicht Oh man Ok zumindest haben wir das Ding jetzt Bip 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 Druck mal Danke Was hab ich denn jetzt Untersuchen Eine Lokkarte für die Maschine Im Heizungskeller Also die Dinger Das war richtig Oh Cool Ah Verstehe Ok der ist richtig Sieht man ja in dem Kreis Wo das hin soll Bei den beiden Warte das soll Neun sein Oder was I I X X Oder was Hä Ne I X Ist falsch Das ist richtig Ok X Dort Und das hier Drei Ok warte Das war eins oder Ich glaub das zählt da als ne eins Testen wir das nochmal Und ich seh da das ist zwei Äh Ok sehr gut Ähm Bam 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 Vielleicht Du musst jetzt ein bisschen Try and Erron Bis es klappt Ja Ne Doch Ja Hier ist richtig Ok perfekt Zehn Warte Wie viel macht denn der Kreis Macht denn schon übelst viel Lass mal sehen Der Kreis muss auch übelst viel machen Oder Knapp Äh So rum Oder macht das keinen Unterschied Das könnte sein Dass das nicht so viel Unterschied macht Wie rum ich es mache Oh er geht zurück Ach er geht zurück Ja Ich kann nicht zweimal zurückgehen Ich muss drei machen Oder Ich muss drei machen Ich kann schießen Was war das Ich schwöre ich habe kaum was gesehen Ich werde müde Keine Ahnung Oh oh Don't fall Geil Ich könnte es so rum machen Aber ich glaube das ist falsch Ne es muss X ist am schwierigsten Ne Ich mache es so 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 1, 2 Ja Dong dong Perfekt Oh Immer so einfach Aber auch nicht so schwer Es ging Wow Und dann bin ich hier im Resident Evil DLC Und dann bin ich hier im Resident Evil DLC Okay Gut Wenn das so sein muss Das besser Minecraft Oh oh Was ist das denn? Was gefällt mir überhaupt nicht? Ich habe keinen Band mehr oder? doch eins habe ich noch du bleibst schön da unten den mobb ich gerne am meisten den blond flut es gibt viele wege also hier ist das oder wie ich glaube wenn ich hier lang gehe ist eine sackgasse dann guckte erst mal lang vielleicht ist dann safe point der elevator das ist der oder ich komme nicht lang out of order okay das könnten rückweg sein für später na gut wir könnten jetzt hier rechts lang ist das ist okay wir können hier lang ist ein kleines der tunnel gang da sagt dass wir schein und die geht es weiter jetzt mal hier bitte kommt raus jetzt mal hier lang hier soll eine sackgasse seien hier ist 100 pro jemand hallo ach schön hier ist ja niemand das ist ja toll ich wollte ja keine angst haben vielleicht schreie ich rum ich komme ja nicht weiter warum ist hier dunkel oder was sie machen wo komme ich hin oder war ich schon mal hier ist ein schuh hier komme ich noch nicht runter ich höre was guck mal was da unten abgeht da kommt keiner raus kein jump scare race lair stay away was was war das hast du das jump scare ich habe gerade echt schiss wait da braucht man schlüsse für aber dann waren wir von da kamen wir ne ich glaube schon okay gut von da kamen wir ich bin hier lang ich sag's euch ey das ist hier langsam echt anstrengend du hier ist nie was dran ich guck trotzdem immer nach okay hier ist ein safe room meine güte den habe ich auch nötig den hab ich auch wirklich nötig okay ich würde sogar sagen leser brief als mutter an das vierjährige fernsehsendung meine freundlichen nachbarschaft bin ich erschrocken über die moralvorstellungen die dort vermittelt werden dass gestern sagt einer der figur man sollte man zuerst an andere denken auch wenn es einem schwerfällt aber was ist wenn man ausgenutzt wird was ist wenn das was einem schwerfällt dazu führt dass man sie verletzt oder in gefahrt begibt es ist wirklich eine gute idee kinder weiß übrigens auch fahren sie mit ihrem eigenen wohlergehen zu sein ich wünsche mir dass meine tochter eine führtes leben führt da brauche ich keine fernsehproduzenten die ihr gefährliche selbstzerstörerische ideen in den kopf setzen ich denke von nun an wird sie sich was anderes ansehen oh mann ja ich würde sagen treib mich hier einmal kurz perfekt speicher ab und mache kurze pause folge direkt vor euch weiter so weiter geht's hier gibt es nichts drin obwohl man sich ja doch da ist was muss man sich gründlich umschauen ok wenn wir jetzt hier lang gehen kommen wir nach oben oder wie sind wir ist der oder kommen wir direkt einfach zu einem anderen teil wo bin ich westcaller wo bin ich sehe mich nicht bonusraum keine ahnung das können wir nicht öffnen da könnten wir lang aber sonst ist hier niemand hotpipes ja wir wollen uns nicht verbrennen noch eine tür es gibt es viel zu erkunden auf jeden fall ich habe auch gesehen dass ich hier zum boot könnte hier ist ein eingang bisschen sehen könnt ihr auch könnt ihr sehen und ach das ist ja ein Übergang oder so weil ich bin jetzt hier ach wait was oh ich bin dumm ich dachte ich wäre hier oben ich bin hier lang gegangen jetzt sind wir da wo dieser große runde raum ist ok verstehe das heißt wenn wir jetzt hier lang gehen müssten wir in den großen runden grauen kommen wo die gegner auf uns warten warum soll ich denn hier lang gehen um zu checken ob es stimmt stimmt das eigentlich ja du kostet viel spaß ich lasse die maria lieber alleine ich glaube hier gibt es nicht für uns vor allem weil die map sagt hier ist ein grüner raum also keine ahnung wir können aber hier lang oh es geht direkt auf bro ich wollte dich gar nicht stören du ich bin nur hier weil der lebt doch noch der arme der hat nur ein bisschen baumschmerzen und bisschen müde den geht es gleich wieder besser freunde vertraut mir steht gleich wieder auf was herein strange kind of breaker box hm ich beobachte ihn die träume nicht elektrische riegel ok müssen den strom irgendwie ausmachen hier kann man den strom ausmachen aber wir haben keine items ok das war nochmal im eventar ne f was cybers ah was wir in verschiedenen bereichen gefunden haben es gibt es da jetzt schon cybers wir sind jetzt also mehr oder weniger bereich 2 schüssel nice an alle sicherheitsnotiz jemand sternchen klaut ständig die schalter mit denen man diese türen öffnen kann also habe ich sie in die schließfächer im keller gebracht hier ist eine karte die zeigt wo sie sind falls ihr mal hier durch müsst hausmeister hank ein ständchen es ist ray also jemand es ist ray ray war es data has been added to your map ok warum auf englisch alles klar wir haben jetzt neue map oder so ah schau mal hier x da waren wir vorhin aber da konnte ich noch nichts machen genauso wie hier und jetzt öffnet sich da was okay äh was war meine keybinds nicht keybinds wei 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 geile tasse ne welcher tasse krieg ich nochmal oh gott glaubt man einmal ganz kurz aufzuspielen vergesst man schon direkt die steuerung perfekt tab ah natürlich schließfachschlüssel öffnet anscheinend die schließfächer im keller okay perfekt übrigens sehr komisch dass die sheets irgendwie nicht mehr geladen wurden nachdem ich das spiel neu gestattet habe keine ahnung also nicht dass ich die aktiviert hätte aber da war so ein neues menü und das ist jetzt einfach mal weg keine ahnung okay warte hier soll was sein ja wo denn genau ich hoffe es nervt nicht immer wieder auf die map zu gucken aber ist mir halt wichtig ach die dinger kann ich jetzt öffnen ja let's go ein herz das dritte ist ein herz okay dafür brauche ich den anderen schlüssel all right okay gehen wir zurück in den großen gang und dann möchte ich vielleicht mal zum boot gehen ehrlich gesagt das würde mich interessieren ob am boot vielleicht was ist du warst wohl nicht da das verschwinden danke oh gott noch einer ich habe nichts im festgeleben ne muss ich jetzt nach rechts wo bin ich da bin ich nee was ich komme ja gar nicht lang wohl aber ich glaube ich muss da hinten lang ne ja hier ist nämlich das okay da ist zu das heißt ich muss vor ihm wegrennen he hey 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 could you stop and think about it the letters are going aaahhhhhh can you stop? fake the barman haaahhhhhh hörh was denken sie sich nur hier ist es das erste ist ein baum sicherung nein warte war beim anderen auch noch eine sicherung habe ich übersehen ich hoffe es nicht damit nach oben sicherung an ihrem ende befindet sich ein symbol der baum oder das auch machen ja genau xx noch weitere orte ja okay das heißt da müssen wir bei hin okay gut aber hier war es noch irgendwo ein eingang zu einem boot das ist hier hier waren wir noch nicht das soll ich mir anschauen ist es fast travel die bin stinky water oder gut das hier und den müll runter hier kann ich jetzt mit dem boot fahren fahren ach das war's das war die fahrt hier gibt es noch ein bisschen money noch ein bisschen klebeband sehr nice und die kann man speichern die heil kann man hier euch hallo ich habe schon gesund bin schon ziemlich gesund würde ich sagen hatte mich wohin gebracht boot aha zack zack verstehe sind wir hier waren wir schon mal ich bin mir nicht sicher ob wir schon mal waren die cardboard penthouse denn das ist ein ding du wollen wir jetzt lang geht das ein einzelraum hier dann gehe ich ja erstmal rein falls ich darf ja ich darf okay vielleicht gibt es ja was zu finden was soll hier waren wir doch hier waren wir doch wie es hier noch rot gibt es noch was zu erkunden habe ich immer so gesehen oder so das bedeutet ja eigentlich dass der raum nicht abgeschlossen wurde hier ist eine neue gang und ich übersehe die drei um zum literaten zu wechseln und sind mit der eins habe ich das zwei die normale gang und mit der drei habe ich jetzt was auch immer das ist habe ich dafür muni zwei patronen okay die machen wahrscheinlich worden schaut die behalte ich mir auf vielleicht gibt es einen boss kam später oder so ich kann aber auch mit dem mausrad scrollen da ist es so wie in wörter das sein wollen das lustig gemacht na gut dann haben wir zumindest das auch mal gefunden keine ahnung wie ich das übersehen habe ich weiß es nicht ihr habt es wahrscheinlich schon durch den bildschirm geschrieben aber gut dann ist das so jetzt mal wieder hier wie gibt es auch noch was der raum rot ist ja da gibt es den eingang ansonsten gehen wir da hinten lang machen wir das ich habe ich ja deshalb meint sich ist es in wörter ich wollte die schlagen mein instinkt sagt ich drehen richtung das ist meine muni leer du bist also doch am leben gewesen den feste ich jetzt nicht glaube ich muss später nicht noch mal zurück okay gibt es eine fuse box hier okay das ist das zweite gut ich glaube beim anderen wo das herz war gab es auch noch mal ich glaube da gab es auch noch mal eine fuse die ich übersehen habe das kann sein aber jetzt ärgere ich mich wahrscheinlich ist dass es so ist okay wo ist das letzte ding das haben wir muss den ganzen weg hier wieder zurück rennen ich hoffe da kommen keine gegner währenddessen ja bis gleich okay hier müsste es sein ja genau hier perfekt das letzte ding ja die letzte fuse war dann wirklich in diesem herz kommt meine vitals voll oh no gräser regnet das safe station aber ich gehe lieber zu anderen hin wo war das mit dem herz war das hier da wo wir es brauchen ich glaube schon aber wie komme ich jetzt so schnell wieder hin okay ich bin wieder hier aber die verfolgt mich ist überhaupt nicht gut oh gott oh gott ist hier schnell nein 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 oh mein gott sie hat schon runter gezählt oh der hell überhaupt nicht gruselig oder so okay hier war das herz ne ja okay alles klar hab's gefunden perfekt mein winter ist jetzt komplett voll aber wir haben alle fuses und beim nächsten mal wenn wir dann den generator reparieren hoffentlich noch mal ein paar neue patronen finden und schauen wie es hier weiter geht in den sewers von my friendly neighborhood und ich hole jetzt weil meine waffe hier kommt was unnötig ist ja